Hardt und Feldbus sind ja nicht überflüssig geworden. Ethernet APL stellt nur die Weiterentwicklung dar und ermöglicht die Digitalisierung des Feldes. Hardt, Feldbus und Ethernet APL verbindet, dass sie alle speziell für die Anwendung in der Prozessautomation im Feld der Prozessautomation entwickelt wurden. Sie sind standardisiert und damit international einem breiten Markt zugänglich. Ethernet APL zeichnet besonders aus, dass es zwei in der Praxis erprobte Technologien miteinander verbindet und kombiniert. Das ist Ethernet auf der einen Seite und das ist die Zweidrahtleitung auf der anderen Seite. Damit ist die Installationstechnik den Monteuren in der Anlage bereits sehr vertraut. Bei Ethernet APL arbeiten Endanwender und Lieferanten jetzt schon zusammen, um den größtmöglichen Nutzen aus dieser Technologie ziehen zu können. Dabei geht es speziell um die Art und Weise, wie Ethernet APL angewendet werden soll und auch um die Technologien, die über Ethernet APL transportiert werden. Ethernet APL beseitigt einige Fallstrecke, die wir in den frühen Zeiten von Feldbus immer zu bekämpfen hatten. Ja, beispielsweise spezifiziert Ethernet APL wie bei Hardt nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Damit kann ein Monteur im Feld an einem Feldgerät arbeiten und der Rest der Anlage ist vor möglichen Unterbrechungen geschützt. Ein weiteres Beispiel, die beim Feldbus separat notwendige Terminierung ist jetzt in den Switch und die Feldgeräte jeweils integriert. Darum muss sich jetzt niemand mehr kümmern. Oder die Eigensicherheit wird verifiziert ohne Berechnungen, so wie wir das vom Feldbus schon kennen. Das reduziert wiederum den Aufwand in der Planung und im Engineering. Wir werden immer gefragt, welche Protokolle der Switch übertragen kann. Alle natürlich. Ethernet APL ist echtes Ethernet mit einer hohen Bandbreite und paralleler Kommunikation, aber ohne das Protokoll. Das ist ein Hauptunterschied zu Feldbus oder 4-20 und Hardt. Denn hier gehören Protokoll und Physical Layer immer zusammen. Mit dem Ethernet im Feld haben wir parallele Kommunikation. Damit kann ein Controller in Echtzeit auf die Prozessdaten zugreifen. Ein Monteur kann über das Webinterface, über sein Smartphone auf die Zeichnungen, auf Zertifikate oder auf das Handbuch zugreifen. Eine Engineeringstation hat den Blick auf die Konfigurations- und die Alarmdaten und hält damit beispielsweise die Dokumentation immer aktuell. Worüber sich die Spezialisten sehr freuen werden, ist die Tatsache, dass sie auch von Ferne zugreifen können. Das heißt, sie können ihren Monteur vor Ort unterstützen, egal wo sie sich gerade befinden. Ob sie in der gleichen Anlage arbeiten oder vielleicht sogar auf dem gleichen Gelände oder ganz woanders. Und damit kann die Fachexpertise auch an einer zentralen Stelle gebündelt werden und trotzdem eben eine durchgängige Infrastruktur, die sehr einfach ist, in Betrieb gehalten werden. Viele unserer Anwender kennen das 4Connect Advanced Diagnostic Modul, mit dem man die Installationsqualität überwachen kann. Das sendet dann auch Signale, um auf Insuffizienzen aufmerksam zu machen. All diese Funktionen sind jetzt im Switch integriert. Und damit wird das Smartphone zum ultimativen Handheld für unsere Monteure. Sie können da nicht nur auf die Gerätedaten zugreifen, sondern auch auf Daten, die die Qualität der Installation anzeigen. Da gibt es Anwender, die sagen, dass der Gerätetausch mit Ethernet APL sogar noch einfacher ist als mit 4 bis 20 mA. Denn das Gerät meldet sich über Ethernet ja direkt an und man sieht über die Web-Oberfläche gleich, dass das korrekte Gerät verbunden ist und sauber kommuniziert. Ethernet APL ebnet den Weg in die Digitalisierung. Das lässt sich am einfachsten in einer kleinen Anlage mal ausprobieren. Ein Technikum, eine kleine Tankfarm oder eine kleine Anlage Erweiterung. Da kann man mal in Ruhe ausprobieren, was die Digitalisierung alles für einen leisten kann. Es ist einfach revolutionär, was hier im Moment passiert. Und ich erlebe einfach, wie viele Menschen diese Technologie wirklich einsetzen wollen. Das ist einfach, wie viele Menschen diese Technologie wirklich einsetzen wollen.